Äh Ich glaub ich war hier schon, oder? Hä? Ist ja gar kein Portal Okay Hä? Da gibt's nen Schlüssel? Da geht grad was auf Moment Ich war hier wirklich schon Oh nein Das ist hier die Stelle, wo die zwei hier hinterstanden Schrotflinte Explosion Yay Mist Nein Boah, ich muss mehr laufen Mist Also die rote, es gibt immer mehrere Munitionssorten Für jede Waffe Außer ich glaube für die Pistole Und noch irgendwelche Ich glaub die Schrotflinte hat zwei Der Pfeil, der Bogen hat zwei Und dann weiß ich leider nicht mehr, was es noch für alles für Waffen gab Ähm Alja Kommst du hier hoch Okay Die Schrotflinte ist echt gut Das muss ich ja schon mal sagen Gibt's hier unten irgendwas Hä? Wieso sieht das so aus? Okay, der Spiegeleffekt ist vielleicht ein bisschen sehr kräftig Komm, ich geh mal kurz da rein Um euch zu zeigen Hier waren wir schon Wie ihr seht Also geh ich hier wieder raus So Ah Hat sich also doch gelohnt hier zu gucken Und hier? So? Nö Okay, hier ist ne Sackgasse Das bringt mir also nicht so viel Hab ich alles gesehen? Ja, ich hab alles gesehen Gehen wir mal lieber wieder hoch Und das, was hier braun gekennzeichnet war, ist das Bis zu Ah ja, ich treff die gar nicht Okay Super Beim Klettern Trifft er mich Tschüss Okay Schieß mal das Rehkitz einfach mal ein bisschen ab Dann kriegen wir auch ein bisschen mehr Leben Oh, ich hab Angst Da Wow Los, kratz ab Ho Nein Boah Hä Hm Sehr gut animiert Der klettert einfach mal Was? Der ist daneben getroffen Hehehe Daneben getroffen Das hört sich wieder so Total richtig an Was ich gesagt habe So, sammeln wir mal den nächsten Schlüssel ein Jetzt müssten wir eigentlich alle drei haben Wenn ich richtig gezählt habe Mal eben gucken Sehr schön Jetzt fehlen uns quasi nur noch die drei Und dieses Teil hier vorne Ich weiß leider überhaupt nicht mehr Dieses Teil war glaube ich Wofür war das? Egal Ich werde es wieder herausfinden Ich glaube zum Schluss Gab es nicht zum Schluss Noch ein Level? Level 9? Oh nein Lass mich Achso, er lebt noch Stirb doch endlich mal Man sollte auch treffen Ja, natürlich Okay, der ist gerade krepiert Oh je Ich brauche auf jeden Fall mehr Leben Ich glaube Nehmen wir mal die Pistole wieder Wir haben ja noch ein paar Schuss Oh nein Ich erinnere mich Oh nein Diese Viecher Die sind schlimm Die sind richtig widerlich Weil die so springen Und so total schnell sind Oh Ich glaube War die Schrotflinte gut gegen die? Wir müssen den Bauhaus testen Na toll Nein Da brauche ich auch zwei Schuss für Aber für Pistole waren es glaube ich drei Ne? Nein Nein Er hat mich erwischt Verdammt Hallo? Ist da jemand? Warum hört man die denn hier so? Lautstark Achso, da geht es ja auch noch weiter Oh oh Immerhin Haben wir wieder ein bisschen Leben Und eine Schrotflinte Oh ja Es geht tatsächlich hier um die Ecke Ich dachte gerade Da wäre vielleicht Nein Da gehe ich nicht Ich gehe mal lieber weiter Nicht, dass mich Dieses Wesen noch angreift Oh Die sind ja Das war Ah Die hier sind noch eine Variante kleiner Als die Oh Gott Das waren zwei verschiedene Oh nein Es sind sogar drei verschiedene Der springt ums Portal Oh der ist ja noch größer Oh mein Gott Ich sollte auch mal treffen Na los Was? Was hält denn da alles aus? Oh Äh Ich glaube ich verpisse mich Tschüss Oh Da unten Was? Ähm Okay 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 Das hat nicht getroffen, oder? Hui Das war cool Jetzt habe ich aber Keine Tech-Pfeile mehr Und da hinten Äh Oh Mann Das gibt es doch nicht Drei Schuss Oh nein Ich hätte die Schrottflinte Gar nicht aufsammeln sollen Weil so wenig So viel Schuss Hatte ich ja noch nicht verbraten Verdammt Egal Dann habe ich sie jetzt halt verbraten Ähm Gibt es hier irgendwas? Ah Ein Gegner Der mir erstmal ein paar Leben abzieht Was auch sonst Ich habe doch schon wieder was gehört Oh nein Hau ab Hau ab Bleib mir vom Leib Alter Wie viel Schuss kann denn der Viech ab? Boah Mensch Äh Was ist denn das? Was macht das? Geistige Unbesiegbarkeit Oh Gott Jetzt muss ich mich beeilen Gegner finden Oh das ist ja Boah Was für ein Lichteffekt Der ist ja mega Oh nein Ich glaube jetzt Gibt es so langsam die Wirkung nach Okay Es geht noch Jetzt hat die Wirkung nachgelassen Ich schieße mal mit dem Bogen Boah Boah wie viel Schuss man einfach braucht Oh Wie realistisch Kann ich jetzt den Bogen eigentlich wechseln? Äh Das ist aber doof Okay ich laufe jetzt mal mit angespannten Bogen rum Weil ich jetzt die Waffe gerade nicht wechseln kann Das ist ja nur Da ist doch schon wieder Oh nein Hä Los Los Nein Mann 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 Schön dass du so greppierst Was? Oh oh ich sollte hier schnell weg Hier kommen die Gegner immer wieder Und ich habe hier nicht wirklich Munition gefunden Und ich habe hier nicht wirklich Munition gefunden Pfff 127 Leben Ich wollte eigentlich nicht so viel verlieren Hä? Okay 30 Weile Ist ja schön Gibt es hier noch irgendwas? Ich glaube nicht Los Alter Der schmeißt da oben erstmal mit Granaten Oh das ist doof 79 Leben habe ich nur noch Oh da habe ich jetzt echt Da habe ich einen Fehler gemacht Oh oh ich muss mich beeilen Spring Spring Und hepp Oh Geschafft Ein Schuss Ernsthaft Ähm Ähm Moment mal Ich habe irgendwie gerade ein bisschen gespuckt Das ist ja ekelhaft Was ist das gewesen da? Oh ne Insekten? Seit wann gab es denn hier Insekten? Wahrscheinlich schon immer Aber Ich habe die hier vergessen Oh So So jetzt habe ich 8 Explosiven Muni Aber die werde ich hier nicht benutzen Definitiv nein Zwei auf einen Streich Das ist ja richtig cool Mit dem Messer geschafft Okay Diese Wesen kann ich mit dem Messer besiegen Das ist ja schon mal sehr gut Yay Volles Leben Yippie Immerhin mal was gefunden War es das hier unten? Ich gucke mich immer genauestens um Boah Okay Was hat auch schon mal funktionieren? Ja Da ist ja noch einer Mist Er hat mich erwischt Zwei Leben hat er abgezogen Das geht eigentlich noch Oh ne Ernsthaft? Und jetzt komme ich hier nicht mehr weg Was? Okay Das ist ein Schlüssel Level 3 Yay Okay weiter Ähm Da ist noch einer Okay Den haben wir jetzt auch erledigt Sind da noch mehr? Oh Ich will hier weg Okay Der verfolgt mich Weil unter Wasser kämpfen Möchte ich nicht Ah Das geht aber nicht Ne? Oh ne Kommt der hinterher? Der kommt nicht Oh das ist ja doof Ach der hängt da fest Jetzt hat er es geschafft Schnell So Ich hoffe das war nur der eine Das war der eine Oh Was ist das denn? Oh Das Maschinengewehr Yippie Wir haben eine neue Waffe gefunden Jetzt kann der Spaß Lässt richtig los Geht Hm Was? Nein Oh ne Wieso kann denn der unter Wasser hüpfen? Okay das geht Aber das verbraucht Echt viel Muni Hier ist noch einer wieder gekommen Ernsthaft So Das ist ein bisschen störend Muss ich ganz ehrlich sagen Aber so hat man das Spiel Halt künstlich schwer gemacht Mal den Kopfhörer wieder richten Wo bin ich jetzt? Okay Das sieht interessant aus Das ist ein Oh mein Gott Boah Das hat ja schon mal funktioniert Wieso man da nicht durchgehen kann Das verstehe ich nicht Kann ich denn durchschießen? Ne Kann ich nicht Ähm Okay ich laufe glaube ich Gerade irgendwie im Kreis Mist Ist hier Leben? Ja hier sind Leben 93 haben wir schon mal wieder Oh Ich hab ein bisschen Schiss Dass wir das hier nicht schaffen Da bin ich ja ganz ehrlich Wo komme ich hier hin? Es gibt hier bestimmt irgendwie mehrere Ausgänge Also wir müssen uns auf jeden Fall gut umgucken Boah Okay Da war zumindest immerhin mein Schlüssel Nein Boah Wieder zwei auf einen Streich Und Wieder ein Schlüssel Boah Super Mach mal mal weiter Ähm Wo finden wir den nächsten? Was sind das? Das ist noch Okay Ich muss sowieso noch mal in die Mitte Weil ich möchte gerne die Munition haben Boah Schön tot Der schmeißt noch mit einer Granate Boah Hier geht's schon mal raus So Da möchte ich jetzt noch nicht reingehen Wir müssen mal gucken Wo wir noch nicht waren Weil ich könnte mir vorstellen Das ist nämlich so ein Teil Wo man gerne mal was vergisst Wie zum Beispiel Munition Die man unbedingt braucht Oder Vielleicht Noch ein Geheimnis Hier war glaube ich die Munition Ja Sehr schön Ich will mal eben gerade die Schrotflinte nehmen Da müssten Elf haben wir jetzt Sehr gut Das müssen wir auf jeden Fall Erstmal ein bisschen Ähm Uns wieder ansparen Da sind auch noch welche Was ist das? Wofür war dieser Kristall? Zum Glück habe ich gerade das Mikrofon ausgemacht Weil ich habe nämlich gerade mal genossen Mann, Mann, Mann Was ist denn? Da ist doch auch noch was Achso Da ist das Portal Da hat sich wieder einer hingebeamt Natürlich Was auch sonst Ist hier noch wer? War's das? Was stand da? Geheimer Bereich Oh Was ist das? Mal gucken Pronozepter Teil Ah Das ist glaube ich Ja natürlich Das ist der Der Schlüssel Den wir in jedem Level finden Der irgendwo versteckt ist Irgendeinem geheimen Bereich Und ähm Ja Bin ich ja mal gespannt Wo jetzt der letzte Schlüssel noch ist Dann müssten wir eigentlich Das erste Level bald durch haben Das geht eigentlich schon ziemlich Lang Das erste Level Ja Du kommst um die Ecke Ballerst erst mal Solche Skills hätte ich auch mal gerne So wie komm ich denn jetzt hier wieder raus Also weiter Hier hinten war ich auch noch nicht Oder? Nein Da war ich tatsächlich noch nicht Ja Munition für Pistole Und für Schrott Sehr schön Wie viel haben wir denn jetzt? 19 Schuss Das dürfte Dürfte ja für den Anfang Erst mal reichen So wie kam ich denn jetzt hier raus? Hier lang Da lang Wieso ist denn da ein Kreis? Achso Das ist der geheime Bereich Weil der nicht auf der Karte steht Jetzt verstehe ich Und ich laufe geradewegs Wieder dahin Hier muss ich rein Da war der Schlüssel? Genau Und dann ist hier hinten Ein Gegner Der mich nervt Und dann dürfte da eigentlich Das Portal sein Ja das ist auch da Wow Der ist tot Da ist auch noch einer Ich weiß nicht ob ich ihn erwischt habe Ich brauche auf jeden Fall Pistolenmunition Ist hier was drin? Nö So die sind weg Da ist auch noch einer Oh Mist ey Ich dachte die fliegt noch ein bisschen 15 Tech Pfeile Ich hab's doch gehört Wo kommst du denn hier her? Das ist ja unglaublich Jetzt kommt noch so ein Viech Oh 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 Was ist denn jetzt hier los? Alter willst du mich verarschen? Nee ne? Boah Mann oh Mann oh Mann Ja 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 Kommt noch einer Ich meine wir haben ja hier noch nicht genug Die Granaten werfen oder so Oh 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 Ich bin gleich tot Hört ihr auch mal auf zu schießen? So Der ist weg Ich glaube ich muss hier hoch Würde ich jetzt mal Würde ich jetzt einfach mal verwetten So der ist weg Ähm Hab ich hier alles eingesammelt? Da hinten Pistole bitte Alter Umso weiter die wegstehen Umso mehr halten sie aus Da muss ich hin Du 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 Weil das ist nämlich ein Leben Das will ich mir ja nicht entgehen lassen 25 Lebenspunkte bringt das sogar Da bin ich ja beruhigt Dass ich mich geirrt habe Ähm Dann klettern wir mal hier hoch Und jetzt muss ich hier runter Oh Backe Gibt's hier noch irgendwas Geheimes? Nein? Okay Dann lass uns Ja